So, dann sollte ich das so, mit da oben, so, und dann den Schwenk, da halt, da. Neues Rathaus. Das Alte ist natürlich in der Innenstadt, also in der, ja wahrscheinlich Altstadt. Ja. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF Imposant, in Hinternsteine, in Arschklamotten, mein lieber Mann Ein, one, tutti Auf dem hast du schön abgelehnt Sollte Eiche Also mein erster Eindruck Hier in Hannover war heute früh Schauben und Bettler Sollte Eiche 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 Gehen wir mal rein. Ja, Gehen wir mal rein. Ist er schon drin? Ja, er ist schon drin. Trinken wir noch einen? Ja, noch einen kleinen. Wolf Biermann. 1. Mai. Wo schläfst du jetzt?